Das stimmt, Junge, weil im Endeffekt weiß man ja über dieses Virus noch verhältnismäßig wenig. Das heißt also, im Moment geht das ja immer viral, dass die Impften angeblich die anderen Leute anstecken und dass die Impften noch kränker sind. Und das liegt einfach auch daran, dass dieses Virus, dieses Virus gibt es ja schon länger. Aber diesen ganzen Ablauf hier, das ist doch ja nicht erforscht. Ich will auch ja nicht wissen, was in den Impfstoffen drin ist. Weißt du, ich gucke auch nicht auf Pillenpackungen, was das für Nebenwirkungen hat. Lese ich mir ja nicht durch, sonst nehme ich keine Pille, verstehst du? Da steht es, soweit ich meine. Wenn man sich zu viel mit den Dingen beschäftigt, verzettelt man sich. Das ist hier natürlich ein bisschen anders, klar.